Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Driven Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie ihr schon vielleicht an meiner Stimme erkennen könnt, bin ich zu Hause angeschlagen. Aber das bedeutet nicht, dass wir in der Folge ausfallen. Nick, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Ich hoffe, du bist topfit. Ich bin topfit. Vielen Dank. Ich hoffe, dir geht es nicht allzu schlecht. Und ich freue mich, dass wir uns wiedersehen zu einer weiteren Folge. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Und ja, ich denke mir, es ist ein Thema, das für alle sehr interessant ist, weil es jeden betrifft. Es geht diesmal nicht um Geld, nicht um das Körperliche, also nicht direkt, sondern wie findet man Ruhe in einer chaotischen Welt? Ja, das finde ich super spannend. Es ist ja indirekt so ein Begriff, welcher mir direkt einfällt, Stressmanagement. Ich glaube, mit dem müssten wir beide in den letzten Jahren als Unternehmer, aber als auch Privatperson, muss man sich ja quasi damit, muss man damit wachsen, weil das Stressmanagement und Stress allgemein sehr einem schadet. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da ich ja so jung angefangen habe und auch so damals, alleine wenn ich mir jetzt ans Jugendlichen zurückerinnere, war ich ja gestresst von einem Fußballspiel. Immer wieder gehst du ja quasi so eine Step hoch in der Leiter und lernst damit, mit diesem Stress umzugehen. Und irgendwann hast du ja, glaube ich, so dunkle Phasen, wo du denkst, boah, warum muss ich das einmal durchmachen, aber dann kriegst du es irgendwie hin, so dich zu beruhigen. Ich glaube, da hat es auf jeden Fall viele Bausteine, die einen Einfluss darauf haben. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Stress, wie euch Stress, die Stress. Also wenn wir es genau nehmen und dann gibt es Langzeitstress, Kurzzeitstress, es gibt positiven Stress, es gibt negativen Stress. Und ich würde gerne wissen von dir, was stresst dich am meisten? Weil Stress ist ja alles, was deinen Körper aus dem Gleichgewicht bringt, sozusagen. Stress kann sein, jetzt eine Krankheit für deinen Körper. Stress kann sein, keine Ahnung, ein gefreezter Paypal-Account. Stress kann sein, privater Stress. Was stresst dich persönlich am meisten, wo du das merkst, was auf deine Psyche und deine körperliche Verfassung am meisten Auswirkungen hat, negativ? Ich glaube, das ist so eine Evolution, die jeder Mensch durchmacht. Also am Anfang, wo ich klein war, hat mich beispielsweise schon gestresst, dass ich schlechte Noten in der Schule habe, weißt du? Und dann ist ja die Hermschwelle geht immer quasi höher und dann irgendwann mal zum Beispiel PayPal-Account, wo du sagst, war freeze 2020, hat mich super gestresst, weil wir keine richtigen Rücklagen hatten, was auch immer. Aber heute wird mein PayPal-Account gefreezed bei Firma, denke ich mir so, ja, in einer Woche ist das eh wieder offen, habe ich die Erfahrung gemacht. Mit der Erfahrung habe ich quasi auch gelernt, wie man mit dem Stress umgeht. Ich glaube, heutzutage der Stress, der mich belastet, ist positiver Stress. Ich vermute mal, sind so Sport und da ich ja wieder boxe und alles, ist so positiver Stress, weil in dem Moment, wo ich boxe oder Sparring habe, denke ich mir so, boah, warum mache ich das und will gefühlt aufgeben, aber auf der anderen Seite, nach dem Training fühle ich mich gut. Negativer Stress werden bestimmt so Rückschläge privat, wo ich, keine Ahnung, jetzt gesundheitliche Probleme habe. Aber ich glaube, der meiste Stressfaktor, den ich habe, ist wirklich meine Gesundheit, würde ich sagen, weil Mitarbeiter und Arbeit, so da bin ich so, ich würde nicht sagen, stressresistent geworden, aber ich kann gut mit dem Stress umgehen. Wie sieht es bei dir aus? Kurz vorweg noch, wie gehst du damit um? Also hast du irgendwelche Methoden oder irgendwelche Tools oder so, die du nutzt, damit du den Stress umgehst? Oder einfach ist es aus Experience, du weißt schon, was kommt, aber es ist ja auch eine Methode. Du gehst davon aus, also meine Auffassung von Stress ist meistens, es ist nie so schlimm, wie man es sich im Kopf ausmalt, aber es ist auch nie so gut, wie man es sich im Kopf ausmalt. Es ist irgendwas dazwischen immer und es wird schon wieder weiterlaufen. Ich glaube, was ich für mich gelernt habe, wie man mit Stress umgeht und das mache ich jetzt ungefähr seit einem Jahr, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich quasi eine Atemsession, dreimal 30 Einatmungen und Ausatmungen. Das bringt mir sehr viel Mehrwert in mein Leben und hat mir einfach sehr geholfen. Und allgemein, wenn ich super gestresst bin, setze ich mich hin und atme einfach. Also so habe ich für mich gelernt, mit Stress umzugehen, weil es gibt dennoch Situationen, auch privat oder was auch immer, wo dann auf einmal, du kennst ja selber, hat jeder Mensch, kriegst zwei, drei schlechte Nachrichten, jemand will was von dir, dann sage ich zu mir, hey, ich lege mein Handy weg, atme tief durch und atme. Ich habe mal das gelesen, dass man das ja quasi als Baby so ein, also wenn Babys gestresst sind, atmen die ja die ganze Zeit dieses, so, und habe ich irgendwann mal gelesen, dass es quasi bei uns im Körper eingebaut sind und genauso wie, wenn wir Luft brauchen und allgemein einfach Oxygen, dann atmen wir, gehen wir automatisch, weil unser Körper mehr Zufuhr braucht. Und so gehe ich eigentlich mit Stress um, durch Atmen, weil anders kann ich das ja nicht beeinflussen. Ja, intuitiv schon sehr richtig. Es gibt schon einige Dinge, wie man es beeinflussen kann. Also einer meiner Säulen, meines Systems ist ja auch Stressmanagement, weil jeder, nicht nur Unternehmer, aber jeder High Performer braucht, einen gewissen Stress, um zu performen, weil wenn es zu fad ist, und der Stress drückt ja auch manchmal von hinten an und gibt dir Rückenwind und pusht dich mehr, aber das, was du schon erwähnt hast vorher ist, es gibt zwei Modi im Körper sozusagen, die eingebaut sind. Einmal Fight or Flight und einmal Rest and Digest. Also entweder hinter dir ein Säbelzahntiger von der Biologie her und du musst kämpfen, dann öffnen sich da, also deine Pupillenarbeit an sich, du atmest nicht mehr durch die Nase, sondern durch den Mund, damit du mehr Sauerstoff direkt bekommst. Dein Adrenalin geht hoch, dein Dopamin geht hoch und du bist voller Energie sozusagen, damit du den Säbelzahntiger bekämpft. Und wenn du gewonnen hast, dann gibt es Rest and Digest, also Rasten und Verdauen. Und es gibt eigentlich nur diese zwei Modi im Körper und der eine heißt Parasympathikus, also Rest and Digest und Sympathikus ist Fight or Flight. Und mit Atemübungen, das was du schon gemacht hast, intuitiv sehr richtig, kann man von Top Down, also vom Gehirn runter und das, was in uns einprogrammiert ist, das Ganze sehr gut steuern. Und eine Methode, die man machen kann, ist nicht nur das Atmen an sich, sondern kürzer einatmen und doppelt so lang ausatmen. Wenn du es umgekehrt machst, aktiviert es dich. Also wenn du jetzt eine Sekunde, ein, zwei Sekunden ausatmen, dann bringt es dich runter. Wenn du es umgekehrt machst, zwei Sekunden einatmen, eine Sekunde ausatmen, dann aktiviert sich das Ganze. Und ja, das ist sehr interessant, das ist ein Tool, das ich auch damals im Profisport sehr gut genutzt habe. Das heißt, wenn ich jetzt tief einatmen würde, so und dann schnell ausatmen, beruhigt es meinen Körper, aber wenn ich so umgekehrt, das ausatmen, eine Sekunde ein, eins, zwei ausatmen. Das ist zum Beispiel gut und dann gibt es eine zweite Methode, die heißt Box Breathing. Du kannst dir vorstellen, wie eine Box, also alle, die zusätzlich zeichnen, das mal auf der Kamera auf. Einatmen, eins, zwei, halten, eins, zwei, ausatmen, eins, zwei, halten, eins, zwei. Das ist zum Beispiel auch eine Technik, die man machen kann, Box Breathing heißt das, also wie eine Box, das Halten und das Ein- und Ausatmen ist jeweils immer dieselbe Zeit an Atemsekunden. Das bringt den Körper nach unten, weil es gibt eine Debatte, die ich gerne mit dir auch besprechen würde jetzt und eine Frage, was denkst du ist wichtiger? Die Psyche oder die Physis? Also das Körperliche oder das Geistige? Also ich würde es an meinem Beispiel erwähnen, ich finde die Psyche ist viel wichtiger, da, also ich kann es nicht erklären, aber würde ich sagen, wenn mir es mental gut geht und ich beispielsweise eine Verletzung habe, also ich beziehe es jetzt auf mein Beispiel, wo ich mit 14 mir Meniskus angerissen habe, wenn es meiner Psyche gut geht und meinem mentalen State und ich motiviert bin, daran zu arbeiten, dann haltest du es ja sowieso mit dem richtigen Mindset dahinter und der Herangehensweise, deswegen würde ich behaupten, dass die Psyche und die mentale Stärke viel wichtiger ist als das Physische, weil an das Physische kann man immer wieder arbeiten. Ich bin einer anderen Meinung, ich bin genau umgekehrter Meinung, ich denke von der Biologie angesehen, wenn es jetzt hart auf hart geht und ein Mensch ist schlecht gelaunt, dann kann er sich nicht aus schlechter Laune herausdenken. Du kannst dich jetzt nicht einsperren bei dir im Streaming-Zimmer, wenn es dir nicht gut geht und dir denken, ah, es ist nicht so gut und ich denke mich daraus, sondern wenn du aber Sachen machst, die von Natur aus Dopamin, also ausschütten, also Neurotransmitter, zu dem kommen wir dann auch gleich, dann ist es wieder ein Top-Down-Mechanismus, also in der Biologie eingebaut, wenn du dich bewegst und deswegen hast du vor euch gesagt, dir geht es nicht so gut während den Boxen, weil du fertig bist, aber danach schüttet dein Körper Endorphine aus und Botenstoffe, dass dir wieder gut geht und das hat jeder schon mal sicher entdeckt, dieses Phänomen, wenn es einem nicht so gut geht, man denkt nach, man kommt da nicht raus aus dem Ganzen, aber geh raus an die Natur, eventuell wenn es grün ist, ein bisschen spazieren, am besten mit guter Musik oder mit Freunden oder Verwandten oder Bekannten, die dir gut gesinnt sind, am besten in der Sonne und danach wird es dir sicher besser gehen. Also allein vom biologischen und biochemischen Prozess im Körper, ist meiner Meinung nach das Körperliche viel wichtiger. Wenn ich dir jetzt eine Waffe an den Kopf halten würde, dann hast du keine Gedanken mehr, die schlecht sind, weil du willst einfach nur überleben, weil das Wichtigste für den Körper ist Überleben und deswegen ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, wenn der Körper gesund und fit ist. Weil jetzt, wenn du nicht ganz fit bist und krank bist, dann geht es dir mental meistens auch nicht ganz so gut, weil dein Körper sich isoliert und dann sagt, so wie damals früher in Tribes oder in Dörfern, wenn du jetzt krank bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du vielleicht ansteckend bist und deswegen isoliert man sich, damit man nicht den ganzen anderen Tribe auch ansteckt. Also von der Warte ist es, also ich sehe das ein bisschen anders. Ja, ich glaube, bei der Frage gibt es keine richtige, richtig oder falsch. Ich glaube, beide Fragen kann man mit beiden Sichten, ja, mit beiden Seiten beantworten. Das stelle ich mir vor wie so ein Ball, der keine richtige oder falsche Antwort hat. Der ist einfach rund. Ich glaube, es gibt Beispiele, Thesen, Begründungen für beide Seiten. Aber aus meiner Erfahrung sage ich mir, ey, wenn ich krank bin und ich einfach ja so ein Mindset habe und sage, okay, hey, auch wenn es mir scheiße geht, ziehe ich das einfach durch, weil mein Kopf sagt, okay, komm, wir machen das. Deswegen finde ich persönlich, ist mein Satz viel wichtiger und ich finde auch das, weil ich das ja selber miterlebt habe, wenn du auf einer Krebsstation bist und mit den Krebsärzten redest, die Patienten, die eher dann wirklich weitermachen und überlegen sind, die Leute, die dann mental sagen, weißt du was, komm, ich nehme diesen Kampf an und denen geht es ja körperlich richtig schlecht. Weißt du, was ja normal ist, weil dauernd bist du ja so eine schreckliche Nachricht hast oder du eine Chemo durchmachst und deswegen finde ich persönlich, wenn man das so gesehen hat, dann sagt man, hey, Psyche und das Mindset ist viel wichtiger, weil man das körperliche mit dabei basiert aufbauen kann, aber ich glaube, wie gesagt, gibt beide Seiten. Ich glaube an der Basis, das was ich sagen wollte, an der Basis ist die Physis, also das körperliche wichtiger, aber dann ganz nach oben ist auch im Profisport so, ist genau dasselbe. Wenn es ganz nach oben geht, entscheidet nur mehr das Mentale, weil da gibt es viele Unterschiede, es gibt jetzt beim Körper keinen Unterschied, dass einer, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 100 Kilo machen kann, irgendeine Übung und der andere 10.000, also das Tausendfache irgendwie oder das Hundertfache, aber mental schon, es gibt Leute, die sehr, sehr schwach mental sind und manche erschüttert gar nichts und ich glaube, Wie gehst du mit dem Stress um? Also was machst du da mit deinem Stressmanagement, also du in den Griff bekommen, machst du auch diese Atmenübungen oder hast du auch andere Sachen, die du sagen würdest, das ist dein goldener Nugget und die helfen dir noch mehr? Also weil ich glaube, Atmenübungen kennen viele durch TikTok und was auch immer, gibt es irgendwas, was du sagen kannst, hey, das mache ich und das hat mir persönlich geholfen? Keine Ahnung, Red Light Therapy auf einmal oder was auch immer. Auch irgendwie, aber das Wichtigste war, oder ist, glaube ich, zu hinterfragen, was dich stresst und wieso dich das stresst. Das ist die erste Antwort, die ich mir frage. Wenn ein Stressfaktor kommt und ich merke, meinem Körper geht es nicht gut und er kommt in ein State, entweder ein Freeze, also so wie eingefroren oder dämlich auf Social Media scrollen, weil ich eigentlich was anderes zu tun hätte oder es stresst mich, weil mein... Sorry. Gesundheit, gesundheit. Oder es stresst mich irgendwas anderes, dann überlege ich mir, okay, warum stresst mich das Ganze? Und kann ich etwas dagegen ändern? Wenn ja, dann ändere was. Kann ich es nicht ändern? Okay, dann lasse es und schaue einfach den nächsten Tag, was an positiven Punkten auf der To-Do-Liste, auf der Agenda oder generell. Zoom ein bisschen nach außen. Also wie jetzt in Krypto oder wie beim Business. Du kannst nicht jeden Tag gewinnen. Und wenn du aber nach außen zoomst, weiter raus zoomst, raus zoomst, dann siehst du irgendwann, okay, so schlimm ist das nicht. Wir werden alle in wahrscheinlich 100 bis 200 Jahren nicht mehr hier sein auf dieser Welt. Also so entscheidend kann das Ganze nicht sein. Ja, ich finde, du hast es auch gerade schön formuliert, man kann nicht jeden Tag gewinnen. Und ich glaube, wir Menschen verfressen uns zu viel sehr in diesen Dopamin, die mit bei diesen Gewinnen quasi ausgeschüttet werden und vergessen halt eine Sache, dass man nur aus Niederlagen wächst. Weißt du, und das habe ich letztens bei Founders Summit gesagt, ich finde, die schönsten Momente in meinem Leben oder die schönsten Phasen in meinem Leben waren die Phasen, wo ich richtig auf die Schnauze bekommen habe, wo ich richtig eine Niederlage einstecken müsste, wo ich in diesem Moment dachte mir, boah, wann steht endlich die Sonne auf und ich dachte die ganze Zeit, es wird das nicht passieren und es wird niemals enden und dann merkst du dir eine Woche, zwei Wochen, einen Monat später, boah, Gott sei Dank bin ich diese Phase durchgegangen. Und ich glaube, wir Menschen verfressen uns zu sehr in diese Niederlagen, obwohl wir damit viel einfacher umgehen sollen und auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir in solchen Phasen einfach diese mentale Stärke brauchen, um mit dem Stress umzugehen. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde, immer wenn ich gestresst bin oder ich sage, ey, irgendwas geht gerade nicht richtig ab, dann drattert mein Kopf, weil ich bin ein richtiger Overthinker manchmal, obwohl es sind so die unnötigsten Situationen, dann sitze ich so, denke so sechs, sieben Stunden darüber nach, obwohl ich diese Zeit viel effizienter einschätzen könnte. Ja, es ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ein Sprichwort, ich glaube, es kommt aus dem Persischen, das heißt, this two shall pass, also das wird auch vergehen und das seitdem ich, also ich habe da auch so ein kleines Band und da steht das auch drauf und egal welche Situation man hat, muss man sich immer in Gedanken halten, this two shall pass, also das wird auch vergehen, egal ob die Situation jetzt gut ist, man kann sie wertfrei sehen, okay, die ist zwar gut, aber abgerechnet wird zum Schluss, also man weiß jetzt nicht, ob sie wirklich gut für einen ist, ein schlechtes Beispiel, aber jeder kennt Brian Walker von Fast and Furious oder die meisten für wahrscheinlich, der fährt mit einem Carrera GT, mit einem sehr schönen Auto, vorher dachte er sich wahrscheinlich, war cool, ich habe das Auto und ich fahre, aber das war im Endeffekt sein Tod, weil das Auto hat ihn dazu gebracht, dass er stirbt und so kann man halt alles betrachten und sollte es nicht bewerten, meiner Meinung nach, also dieses wertfrei sehen, zwar dankbar sein für alles, aber auch wissen, so wie im Moment Memento Mori, also die Zeit ist vergänglich, das Leben ist vergänglich und alles so hinnehmen, dankbar sein, dass der Moment kommt, aber nicht so stark bewerten, das ist das, was du eigentlich gesagt hast, weil uns wird nur suggeriert auf Social Media die ganze Zeit, Dopamin, es ist alles gut, es ist alles wie im Disney Film, es ist alles sehr schön, aber nur die 10, 15, 20% schönen Zeiten zeigt man, aber meistens ist die schlechte Zeit oder die nicht so gute Zeit der viel größere oder der größte Mentor und Lehrer für die positiven Zeiten. 100% und mir ist gerade auch was eingefallen, womit ich zu kämpfen hatte, also ich habe ja schon erwähnt, ich bin ja manchmal overthinker oder jetzt mittlerweile nicht mehr so wie früher und ich glaube, was mir richtig geholfen hat und das ist so mein Tipp an alle, ist nicht über die Vergangenheit nachzudenken, man soll aus den Fehlern lernen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, weil am Ende des Tages dafür ist es ja da, wir als Menschen machen alle Fehler und das Wichtigste ist, sich mit den Fehlern auseinanderzusetzen, damit sie sich dich nicht stressen lassen, wenn man vor irgendwas Angst hat, sollte man sich umdrehen und dieser Angst sein Gesicht zeigen und damit sich auseinandersetzen, damit du in Zukunft nicht in die gleiche Situation kommst und auf der anderen Seite durch das Phänomen, wenn du dich mit deiner Angst auseinandersetzt, wirst du auch als Person wachsen, weil egal was auf dich zukommt in der Zukunft, weil egal was auf dich in der Zukunft kommt oder was dich angreift oder egal welche Situation auftauchen wird, wirst du denken, okay, ich habe ähnliche Situation bereits gemeistert und werde damit weniger stressresistent umgehen und kriege es hin und ich glaube, auch ein wichtiger Faktor ist, wir Menschen denken viel zu oft über die Zukunft nach und ich habe mal so eine Statistik gelesen, 95% der Sachen, über die wir nachdenken, werden eh nicht passieren. Das heißt, wir verschwenden unsere, vielleicht viel, viel mehr, wir verschwenden uns viel zu viel Energie mit unserem Gehirn über Sachen nachdenken oder Szenarien uns vorstellen, die eh nicht passieren werden und somit, mein Tipp an alle, mein golden nugget, deswegen, ich denke gar nicht oder über Vergangenheit nach, wenn ich Fehler gemacht habe, lerne ich einfach draus und sage, okay, habe für mich abgeschlossen, ich kann jetzt eh nichts dran ändern, ich lebe mit jetzt und morgen, was morgen meinen Tag bringt und alles andere kann ich eh nicht beeinflussen und ich glaube, das war so bei mir ein richtiger Uplift in meinem Leben, weil ich gelernt habe, okay, so und so gehe ich mit Stress um. Ich glaube, das sind so die Punkte mit den Atmenübungen, wo ich sage, hey, das ist egal, was mir sagt, so gehe ich damit um. Sehr gut. Cool. Ich glaube, ja. Aber jetzt mal eine Frage, würdest du sagen, zum Stressmanagement, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu biochemischen Sachen, was mich auch sehr interessieren würde, wenn ich viel Junkfood essen würde, jetzt beispielsweise jeden Tag Fastfood, beeinflusst das mein mentales Bewohlsein? Mehr als alles, mehr als viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Wir haben eine Gut-Brain-Axis, also vom Gehirn zum Darm und es gibt Neurotransmitter. Habe ich dir schon mal erklärt, aber für die Zuschauer, Neurotransmitter sind Botenstoffe, die im Gehirn sind. Man kann sich das vorstellen, wie Staffelläufer und ein Staffellauf übergibt einem anderen ein Signal und dieses Signal kann sein, du denkst etwas, du fühlst etwas, du fühlst, ich würde mich gerne bewegen. Jeder kennt das, im Laufe des Tages hat man verschiedene Gefühlslagen. Man fühlt sich mal besser, mal schlechter, mal excited, mal ein bisschen müde, mal will man etwas arbeiten, mal will man gar nichts arbeiten. Das ist zu 85 bis 95 Prozent abhängig, wie deine Neurotransmitter im Gehirn sind und im Darm. Weil 95 Prozent deiner Neurotransmitter sind im Darm. Das heißt, wenn du etwas isst, dann beeinflusst du direkt deine Neurotransmitter im Darm. Und das ist, was ich indirekt mit jedem meiner Kunden mache und deswegen sage ich zum Beispiel in der Früh, Frühstück sollte für die meisten Menschen keine Kohlenhydrate, aber viel Protein und viel Fett. Nicht, weil Kohlenhydrate schlecht sind, im Gegenteil, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, wenn du es dir verdient hast, aber aus Energiesicht möchte man in der Früh munter sein und nicht müde. Und jeder kennt das, Bergvoll Pasta, Bergvoll Kartoffelpüree. Okay, du bist nicht, okay, let's go, lass uns arbeiten in der Früh oder trainieren gehen, sondern mal durchatmen, kurz auf die Couch, vielleicht kurz auf Social Media. Und das möchte man nicht in der Früh. Das möchte man vorm Schlafen. Und zu deiner Frage, warum, wenn du Junkfood isst, da sind keine Nährstoffinformationen, keine wichtigen Nährstoffinformationen für den Körper und der Körper weiß nicht bei den meisten Dingen genau, was er damit anfangen soll und deswegen fühlen sich die meisten Menschen longterm sehr schlecht, wenn sie viel Junkfood essen. Okay, und jetzt kommt eine Frage, wo die ich hatte. Also ich bin ja krank, so, das kommt mal vor, man ist erkältet, was auch immer. Und ich hatte jetzt Montag, das ist ein reales Beispiel, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ab 8, habe mit Protein gefrühstückt, habe dann meinen Pulver da getrunken, was du mir gegeben hast, habe meine Vitamine getrunken, dann habe ich Gripostat C getrunken, habe zwei Stunden geschlafen. Und danach konnte ich mich nicht zwingen zu arbeiten. Ich hatte wirklich gar keinen Bock. Obwohl ich proteinreich gefrühstückt habe, ich habe meine Vitamine getrunken, meine Medikamente, habe dann mit Stück Fleisch einfach mein Mittag gegessen, keine Kohlenhydrate, gibt es irgendein Essen nicht? Vielleicht gibt es nicht, aber so eine Frage, die ich mir jetzt stelle, und ich habe kein Junkfood gegessen oder keine Süßigkeiten, kann ich irgendwas essen und so sagen, okay, damit meine Neurotransmitter in meinem Magen ein, zwei Stunden später motivierter sind? Gibt es sowas? Es kommt immer darauf an, wie krank bist du? Wenn du jetzt Fieber hast, dann kannst du essen, was du willst. Dein Körper sagt, hey, Stefan, chill, leg dich hin und schlaf und schwitz und die Brühe. Aber wenn du so ein bisschen verkühlt bist, so wie gesagt, wie jetzt, also dann würde ich sagen, geh so viel ans Licht und an die Natur wie möglich, so viel Oxygen, Sauerstoff wie möglich, Atemübungen pro Tag, aber vor allem Sonnenlicht auf dein Auge, auf deine Haut, damit deinem Körper signalisiert wird. Also ein gutes Beispiel, warum werden die meisten Menschen im Winter mehr krank, also häufiger als im Sommer. Es sind nicht Bakterien, die im Winter da sind, es ist nicht die Kälte, es ist einfach zu wenig Vitamin D im Körper. Das ist der Hauptfaktor, weil wir im Winter zu vermehrt auf unserer 2 Quadratmeter Hautfläche das meiste an Kleidung bedeckt haben und drinnen, Indoor sind und im Sommer einfach nicht. Das ist der einzige Hauptfaktor, warum wir im Sommer weniger krank sind als im Winter. Okay, damit wir es ja auch für die Zuhörer einfach mal was mitnehmen, das heißt, wenn ich krank bin, so jetzt, ich bin erkältet, ich habe kein Fieber, sondern habe wie jetzt Husten, Schnupfen, arbeite im Homeoffice noch 2-3 Tage, soll ich dann einfach bei jetzt gutem Wetter, so 12 Grad, mich einfach relativ warm anziehen und mal eine halbe Stunde spazieren gehen anstatt zu Hause und das wird dann mir helfen? Ich würde das nach jeder Mahlzeit machen, einfach nach jeder Mahlzeit für deine Verdauung, dass es dir einfacher geht, das ganze Essen zu verdauen und ich würde viel Protein essen, ganz, ganz viel in dieser Zeit. Warum? Weil in deinem Darm ist deine Immunzelle sozusagen und die Immunzelle braucht verschiedene Aminosäuren, also kleinste Bausteine von Protein. Das heißt, wenn du jetzt deinem Körper nicht das zuführe von außen, dann nimmt er es sich von dir selbst und das ist nicht so gut, wenn er dich selbst abbaut sozusagen. Aber wenn du es von außen im Überfluss zugibst, Protein, dann denkt er sich, ah, okay, ich nehme das von Steppans Magen und von Steppans Darm und so weiter, das reicht mir, dann muss ich es nicht von seiner Muskelmasse nehmen. Das, glaube ich, was du gerade beschreibst, ist das Phänomen, was wir alle kennen, wenn man erkältet ist, dass man gar keinen Hunger hat. Man muss sich quasi zwingen, was zu essen. Das hatte ich immer bei, wo ich kleiner war, ich konnte mich nicht zwingen, zu essen. Dann musste meine Mutter immer zu mir ins Zimmer kommen und mich gefühlt anschreien, dass ich was esse. Wenn sie gesagt habe, ja, wenn du nicht isst, wie kann es auch nicht gesund werden, wenn der Körper keine Energie hat. Stimmt, ja. Okay, gut. Und was würdest du auf der anderen Seite sagen, wenn man krank ist und davon gestresst ist, wie erholt man sich am schnellsten? Also zum Beispiel jetzt, ich gehe davon aus, dass ich Donnerstag wieder topfit bin und zur Arbeit gehe. Was sind so die ersten Steps, damit es meinem Körper wieder gut geht und eine Regeneration auch schneller geht? Weil ich will zum Beispiel Donnerstag wieder zum Boxtraining gehen, weil ich habe echt viel Spaß daran. Was muss ich dafür tun, damit ich Donnerstag nach der Einheit nicht kaputt bin? Weil ich hatte zum Beispiel die Angst, ich sage, hey, ich kann jetzt angeschlagen, so wie ich da gerade bin, höchstwahrscheinlich trainieren. Dienstag, Mittwoch kriege ich das locker hin. Ich habe es nicht gemacht. Ja, aber da muss ich anhaken, weil da ist oft die Gefahr und das hatte ich damals als Profi, die Frage, die man sich stellen muss, erstens, wie krank bist du? Und das Zweite ist, welche Krankheit hast du? Weil wie gesagt, wenn du Fieber ein bisschen hast oder erhöhte Temperatur, dann kann es sehr schnell eine Herzmuskelentzündung kommen und das spürt man oft nicht und ist nicht gut. Also ich habe ja auch Profi-Handballer trainiert, 1. Bundesliga und zum Beispiel nach der Impfung haben viele eine Herzmuskelentzündung gehabt, haben es nicht gespürt, haben trainiert und auf einmal gibt es Menschen, die umgefallen sind. Also ist jetzt in Horrorgeschichten natürlich, aber kann passieren. Wenn du jetzt eine normale Erkältung hast und normal verkühlt bist, dann würde ich trotzdem eher die Intensität runterfahren. Dass du trotzdem schwitzt dich bewegst, weil das unterschätzt man sehr oft, zwischen im Bett liegen oder vor dem Computer oder vor dem Fernseher und sich besser fühlen oder draußen spazieren gehen oder dann noch trainieren, ist ein Riesenunterschied. Und das merkt man erst. Man denkt sich, ah, ich bin eh schon fit. Ich überschätze mich da auch jedes Mal. Ah, ich bin schon fit, bin schon fit. Morgen kann ich schon wieder trainieren. Dann gehe ich trainieren und nach fünf Minuten sage ich, okay, hat gar keinen Sinn. Ich gehe lieber in die Sauna, ein bisschen schwitzen. Ich gehe lieber spazieren. Und wie, also bei Sauna, ich glaube, wir haben darüber in Person gesprochen. Das hat dir zum Beispiel Mandela zu mir gesagt, ja, Stefan, dann kommen wir ins Gym um 37 und gehe einfach in den Sauna finden. Und ich habe gesagt, nee, ist mir zu gefährlich, habe ich Angst davor. So, wie weiß ich, ob ich im Sauna, also weil ich, ich kann mich erinnern, du meintest zu mir, es hängt davon ab. Es gibt ja zwei Arten, ob bakteriell oder viral. Ja, ja, bakteriell oder viral. Und es kommt auch darauf an, wie gesagt, wie du mit dem Ungest, für mich, mich stresst Sauna extrem. Also wenn ich in die Sauna gehe, ich bin nachher komplett fertig und ich will meinem Körper Ruhe geben. Das Wichtigste ist Schlaf. Also wenn du mich, du hast mich vorher gefragt, dass wir jetzt auf die Frage zurückkommen, du hast mich gefragt, was meine Top-Tipps wären. Das Erste, geh früh schlafen. Man ist sehr dazu geneigt, dass man dann, wenn man krank ist, hat man Zeit, man denkt sich, ja, Netflix-Folge geht, die nächste, die nächste, ein bisschen TikTok, Instagram schauen, aber so früh wie möglich gut schlafen, tief schlafen, viel Wasser mit Elektrolyten trinken, also Wasser und eventuell, wenn du keine hast, dann einfach ein bisschen Salz in jedes Wasser bringen. Zu jeder Mahlzeit viel Gemüse und viel Protein essen, raus an die Natur gehen und das sind so die Top-Tipps eigentlich. Und dann könnte man auch über Supplements reden, also Nahrungsergänzungsmittel, wo man nie falsch liegen kann, ist Vitamin C, hoch dosiert, aber nicht in Form von Ascorbinsäure, das ist dieses Pulver, weil wenn man da zu viel nimmt, über so 500 Milligramm oder 1 Gramm, kriegt man sehr wahrscheinlich Durchfall, weil es zu schnell den Darm passiert. Deswegen gibt es eine Form, für alle Zuseher, das ist sehr, sehr gut, heißt Liposomales Vitamin C. Liposom heißt Fettkörper und das ist einfach im Fettkörper gespeichert, gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz, überall in der Apotheke. Liposomales Vitamin C und jede Stunde oder alle zwei Stunden ein Gramm nehmen. Das schiebt dein Immunsystem nochmal gut an und wenn es sich die Menschen leisten können oder wenn du einen Zugang hast, dann würde ich zum Arzt gehen und mir eine Vitamin C-Infusion holen. Das kann man auch gut empfehlen. Es gibt noch andere Dinge, aber das ist mal schon die Basis. Was würdest du sagen, was ist der schlimmste Stresseinfluss, den ein Mensch haben kann? Eine Krankheit oder einfach ein Einfluss von außen? mit Abstand, psychischer Stress, mit Abstand. Also ein Verlust von einer geliebten Person. Es gibt Aufnahmen, man sagt, du hast mein Herz zerbrochen, bla bla bla, aber es gibt wirklich so Aufnahmen von MRT-Bildern, wo man sieht, wenn ein Mensch sehr stark psychischen Stress oder emotionalen Stress hat, dass das Herz kaputt wird. Also es kommt, was meinst du mit Kaputt geht? Also so nicht kaputt komplett, dass es nicht funktionsfähig ist, sondern damit so kleine Risse und so sieht man dann in der bildgebenden Diagnostik und das schon kreis. Und wenn er sich nochmal verliebt, haltest du? Oder? Das weiß ich nicht, das müsste man schauen. Es gibt sicher Narben, aber das Herz wird jetzt nicht schlechter dadurch viel, aber man merkt einfach, wie viel Stress oder was Stress bewirkt im Körper. Zum Beispiel, wie vorher schon gesagt, ganz am Anfang, Stress kann alles Mögliche sein, aber es kann auch Gluten-Essen Stress sein und dann Stress schießt wie ein Maschinenpistole deine Darmbarriere. Und deine Darmbarriere ist so dick wie ein Augenlid circa und wird einfach durchlöchert. Und wenn der Darm ist die Pforte oder der Zugang zum Immunsystem und wenn der Darm löchrig ist und ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kann dein Immunsystem nicht so gut funktionieren. Also der Körper ist so ein integrales System, dass ich, dass das Allerwichtigste ist, Stress zu minimieren oder zu managen, sagen wir so, wie wir es vorher schon gesagt haben. Und das Allerwichtigste dafür, meiner Meinung nach, ist ein guter Schlaf. Weil das können wir steuern und ein guter Schlaf, jeder kennt das, wenn du fünf Nächte hintereinander nicht gut schläfst, dann ist der sechste Tag einfach nicht produktiv. Und wenn du mal zwei, drei Nächte wirklich gut schläfst, dann denkst du dir, okay, ich kann Bäume ausreißen. Und das ist das, auf was ich alles fokussieren würde. Ich finde es auch krass, weil wenn du richtig gestresst bist, dann will dein Körper ja auch schlafen. Also wo ich richtig viel Stress in den letzten Wochen hatte, ich hatte wirklich Phasen, wo ich nicht aufstehen konnte. Obwohl ich acht, neun Stunden geschlagen habe, weil mein Körper sich vermutlich hier regeneriert hat oder wie auch immer. Was der gemacht hat, ich bin aufgestanden, ich konnte einfach nicht aufstehen. Da habe ich weiter geschlafen. Und ich glaube, das gehört beim Stressmanagement dazu. Aber ich glaube, was jeder aus der Folge mitgenommen hat, ist A, Ernährung super wichtig. Das war ja so die dritte Hälfte vom Podcast. Punkt A, was man direkt implementieren kann und wirklich damit direkt ein Golden Nugget für deine Stressoptimierung haben, sind Atmenübungen. Das geht instant, genau das kann man, also wenn man fühlt, dass ich gestresst bin, Kurzaugen zu, das ist nämlich das Nächste, was man dazu führen kann. Wir haben ja verschiedene Sinnesorgane. Riechen, schmecken, fühlen, sehen, hören und alles braucht geistige Availability vom Gehirn, also Verfügbarkeit. Und wenn du alle Sinnesorgane versuchst abzudrehen, also in einen Raum gehst, der sehr dunkel ist, vielleicht Augen zu schließen, an nicht zu viel denken, keine Sinnes Einflüsse und dann atmen, ist nochmal viel besser. Also das würde ich empfehlen, am besten vielleicht sogar in der Natur, in der Sonne, in einem Wald, wo viel Grün ist und wo eine gute Luft ist. Das ist der top, schnellste Tipp, wie man Stress managen kann. Ja, auch der Tipp, der jeder machen kann. Also wenn man, wenn man ja auf der Welt ist, geht man davon aus, dass man atmen kann und dann gehören jetzt nicht Vitamin C oder was auch immer, Tabletten atmen kann jeder und sich die drei Minuten am Morgen oder am Abend zu nehmen, kann man sich auch erlauben. Weil ich sage dir ehrlich, das war bei mir der beste Upgrade, den ich machen könnte, habe ich auch irgendwo gesehen und gelesen als Tipp und das umgesetzt und einfach sagen, ey, super, aber gut, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Nick? Für mich ist alles gut, wie geht es dir? Ich hoffe, dass dir bald besser geht und ja, vielleicht noch an die Zuseher, dass wir das auch rausschneiden können. Also wir lassen es in der Folge, aber wir werden es auch einzeln rausschneiden und das posten. Vielleicht an alle, kommentiert unter die Videos oder schreibt uns eine DM, was euch interessieren würde in den nächsten Folgen, was wir tiefer eingehen sollen und ja, wir hoffen, es war eine gute Folge. Ihr habt etwas mitgenommen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.